Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Resident Evil 4 Jahr. Im letzten Part haben wir Ashley mal wieder verloren. Und ja, wir wollen auf jeden Fall weiter Richtung Norden. Und schauen, was uns erwartet. Das war falsch. Das war falsch, das war falsch. Ja. Ach so. Ein Seitenkristall, ja schön. Hm. So ein Fernglas will ich auch haben. Shit. Ja, er ist da. Oh nein, keine Katapulte. Och nö. Lauf, lauf, Leon, lauf. So Katapulte habe ich gar keine Lust. Wollte nicht runterkommen, meine Freunde. Ich höre euch doch. Na, kommt runter. Oder backen die jetzt hier... Ah ne, da kommen sie. Na, komm runter, mein Freund. Genau, fahr mal runter. Bisschen Munition sparen. Ich weiß, dass da noch welche sind. Na, komm runter. Ach so, dass ich jetzt nach oben gehe. Das wollte ich nicht. Ich wollte einmal hier drauf gehen. Diese Dullis da vorne. Nerven ganz schön. Jetzt sollten wir erstmal unsere Ruhe haben. Oh, hallo. Boah, wie viele sind denn da? Mein Gott. Das sind aber sehr viele. Das war ein Double-Shot. Na, komm her. Wee. Das bringt Spaß. Das bringt Spaß. Ich hasse diese Sensenfuzzis. Das ist hier. Oh, ey. Ja, moin. Okay, da sag ich nicht nein. Nein. So, hier gibt es jetzt ein kleines Rätsel. Eins. Komm ich da ran. Zwei. Ja, so sehen wir uns hier ein bisschen um. Aber wir gehen als erstes nach oben. Komme ich da jetzt ran. Ja, fast. Die Entwickler waren wenigstens so lieb. Und wir haben das Holz hell markiert. So, Munition, Munition. Ich glaube, wir haben bis jetzt nur einmal im Spiel 15 bekommen. Bis jetzt sind es immer noch 10. Ritualvorbereitung. Dank dem Einsatz der Nuvistadors konnten wir Ashley fangen. Wir bereiten uns so schnell wie möglich aufs Ritual vor und nehmen Ashley als Mitglied der Illuminados auf. Wer will, kann sich, während wir uns vorbereiten, um unseren amerikanischen Freund kümmern. Wir können unseren Freund wenigstens eine Zeit lang aufhalten. Wenn wir die Zahnräder im Burenturm blockieren. Wenn wir sie an drei Stellen blockieren, müsste die Zeit reichen, um uns aufs Ritual vorzubereiten. Jetzt geht und unterhaltet uns an Touristen. Ja, wenigstens werde ich als Tourist gesehen. Aber als Tourist würde ich da nicht wohnen wollen. Oder Urlaub machen wollen. Ah, was für eine schlechte Grafik. Wahnsinn. Okay, der Mann hier wirkt dann ein bisschen faul. Oh, ich höre. Ich höre doch daraus. Ich höre euch doch. Au. Das, das tat weh. Lass mal hier hinter verstecken. Das ist ja richtig fies. Mit den Feuerpfeilen. Oh. Blöde Feuerpfeile. Die treffen einen auch aus dem unmöglichsten Winkel. Ja, dann habe ich hier noch die Normalos. Frage ist, kommen sie hier hoch? Fall mal schön, mein Freund. Oh, das hat ihn gekillt. Wahnsinn. Habt ihr gehört? Ich mache mir eher mehr Sorgen um die Feuerpfeile. Okay. Bam. Stirb. droppst du was? Nein. Wir wollen aber nach unten. gehen. Okay. Hier sind noch bestimmt irgendwelche Dullis. So. Natürlich. Äh, ja, alles klar. Guckt ihr her. Wir gehen aber schnell nach oben. Hier. Alles klar, Bro. Oh. Dieses blöde. Ja, das ist sowas von klar. Mein Gott. Das reizt mich mit euch, meine Freunde. Oh, hallo. Oh, da quaddert, da kommt der Sensentyp. Ich bin nicht scharf auf die Sense. Frage, ist der Tod, der runtergefallen ist? Die Sense, denke ich, kann ich immer so schwer abwehren, wenn man die überhaupt abwehren kann. Was sieht gut aus? Überraschung. Ich höre euch doch. Da, ich habe sie gesehen. Ich habe euch gesehen. Ja. Das ist nicht wahr. Sterbst du wohl? Oh mein Gott. Hallo. Ich will das Gebiet erstmal hier kurz saven und dann sehe ich mich um. Okay, das waren alle. Gott sei Dank. Eine Handgranate, okay. Und Geld. Und da ist schon unser Begrüßungskommando. Und da ist schon unser Begrüßungskommando. Oh, Alter. Ah, die Schrotter. Oh, Alter. Ah! Ja moin, diesen Part finde ich überhaupt nicht lustig. Alter, wie viele kommen denn hier? Jetzt nehme ich aber lieber mal die Schrot. Mein Gott, was geht denn hier ab? Mein Gott! Leute! Alter, was geht denn hier ab? Und ihr sollt sterben! Ja! Es ist so lächerlich! Es ist so lächerlich! Ich muss die Sachen schnell einsammeln. Bevor sie wegfallen. Gott! Ah ok, der bleibt! Und hier war eine Schreibmaschine! Ich habe... Leuchelt abspeichern können! Ah! Nein! Na ja, was soll ich machen? Da müssen wir rein, ne? Ja! 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 Ich bleibe auf jeden Fall erstmal so. Kombinieren! Oh Gott! Und auf jeden Fall abspeichern! Ah! Aber das war auch eben, ich habe keine Ahnung, wo die auf einmal alle herkamen. Das werden wir auf jeden Fall nicht. Ich schmecke überhaupt nicht gut. Hey, ekelhaft. Lass mich in Ruhe. Heute läuft der Part überhaupt nicht. Und ich... Ja, und genau jetzt! Bro, könnt ihr euch mal beruhigen? Ich habe keine ruhige Minute. Warte, ich habe doch eine Handgranate. Ich hatte eine. Komm, töte mich. Ich mache das mit der Handgranate. Ich mache das mit der Handgranate. Mit der Schrot mache ich das. Ah, mein Gott. Keine Chance. Keine Chance. Ich könnte zwar auch nach oben laufen, aber ich vermute, da kommen noch mehr. Ja, ja. Dann habe ich gar keine Chance. Oh, leider. Die habe ich nachgeladen. Meine liebe TMP, lass mich bitte nicht im Stich. Ich denke, ich kann doch nicht mal zurückgucken, weil ich denn ehens denn sterbe. Mein Schrot muss ich auf jeden Fall nachladen. So. Die beiden sind schon mal tot. Das freut mich. Das war's. Dreh dich um. Oh, der andere geht weg. Komm, dreh dich um, dreh dich um. Oh, oh. Daneben. Oh Gott, Leute. Aber die müssen ja so ein gutes Gehör haben. Verdammt. Ja, die kommen. Okay, wenn ich renne, wissen die, wo ich bin. Okay. Dreckiges. Genau, geht weg. Geht weg. Ich hoffe. So, einer ist tot. Das freut mich. Oh, wir gehen hier lang. Wir waren bestimmt Brüder. Oh Gott. Ich speicher ab, Leute. Ich habe Speicher. Ich hoffe, diese Viecher kommen nicht nochmal wieder. Ich riskiere es. Ich habe sonst zwei Speicherstände. Oh Gott. Das ist einfach. Die haben mich gerade komplett auseinandergenommen. Ich hoffe, das ist... Das ist... Das ist... Schön, ne? Da kommt mein Begrüßungskomitee. Ja, er ist da. Guck mal. Kommt er jetzt oder kommt er nicht? Oh Gott. Darf ich mich jetzt hier oben sehen? Ja. Yay, Munition. Was so schön war. Die Glotten läuten. Oh, hier ist eine Brandgranate. Okay. Oh, ich hoffe, man hört den Nachbarshund wieder nicht bellen. Das Geld. Hier unten noch irgendwas übersehen. So, dann wollen wir weitergehen. So, wie hier dann noch schön ist. Oh, guck mal, der Glitzer war's. Oh, ein Spinelle. Zwei Spinelle, okay. Kann ich mitleben. Ja, wollen wir mal. Ashley. Das sind diese Leibwächte, die wir am Anfang gesehen haben. Mr. Kennedy. Wann ist es nicht, wenn es Zeit ist, in die Taule zu spüren? Nein! Leon! Wann ist es? Wo ist das entspannungsvolle Geräusche? Schau mal für diesen ganzen Trick. Wie darfst du? Nicht mehr Gäste! Kill ihn! Kill ihn! Schau mal! Wir werden uns für den Ritual vorbereiten. Leon, du bist hier. Was sind das für Viecher? Die dürfen wir bestimmt auch noch kämpfen. So, vielleicht hast du neun Leben. Aber es ist jetzt nicht wichtig, Mr. Kennedy. Ich habe meine rechte Hand, um dich zu entspannen. Deine rechte Hand kommt aus? Hm. Sag, was auch immer du möchtest. Möge, du Worm! Jee. Wie haben wir denn also gelandet? Jaja. Ekelhaft. Ekelhaft. Controller? Darf ich? Danke. Eine Krone mit Kerben. Möge. Ekelhaft. Irgendwann noch ne Brandgranate. Willkommen, oder? Ne, die Mäuse nerven mich grad'n bisschen. So, wir verkaufen. Dann haben wir zumindest ein bisschen was. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Heilung wieder. Red 9. Feuerkraft. 3. Feuerkraft auf 3. Wahnsinn. Sturmgewehr. 12. Na gut, dann würde ich sagen, setzen wir hier aber auch einen Cut. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part von Resident Evil 4 wieder. Bis dann. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal.